ARD Text im Auftrag von Funk 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 Das schwert sich so gay aus, hm? So, und jetzt? Wieder gehen. Wir müssen aber nach Ruinen gehen, oder nicht? Also wir müssen weiterlaufen, da kommen die. Wo soll ich denn denn noch hinlaufen? Hä? Wo soll ich denn hier weiterlaufen? Na ja, den Weg davon, wo du kamst. Da musst du einfach weiterlaufen. Achso. Nein. Was hieß du Ficke, Alter? BAM, du Ficker. Da bist du ja wieder. Da bist du ja wieder. Ne. Ich komm gleich raus, bleib mal dran. Sorry, Ficker. So, wo jetzt lang? Da lang weiter, oder wieder da? Oh. Wir müssen erstmal die Artefakte, und Teil Rückeroberung. Hä? Also Schneckensucher müssen wir noch. Zu dem Pimmel müssen wir erstmal dann auch wieder zurück. Ja, aber Schnecken... Boah. Oh, ich weiß nicht, wo wir die herkriegen. Ja, sie sind schon... Ah, sie sind schon... Ah, sie sind schon... Weißt du, das ist ein Gewicht. Weißt du, das ist ein Türken, die wir jetzt halt. Ja, das sind Schnecken hier, die wir gerade killen. Oh, ich hab Schuhe herkriegen. Das sieht doch nicht so aus. So, BAM. Wollen wir da hin? Ja. Ja, das ist einfach da. Schläger sind das jetzt. Boah. Das hat mich... Betäubt, die Sau. Voll Geiger. Irgendwie voll Geiger gemacht. Oh, hier. Schuhe. Hast du die? Knöschenschutz, ja. Dann mach die mal anziehen. Die sind aber schlecht. Die sind aber schlecht. Die sind schon auf die Beste. Ähm. So. Ey, hier sind verpacktes Artefakt. Irgendwo so. Oh, die haben wir eingegeben. Die Sau. Du brauchst die Touren aufmachen. Da sind die Artefaktor drin. Au, Spacken. Nebel, die hier. So, okay. Das habe ich auch fertig. So, jetzt brauch ich nur noch diese... Schnecken. So, wo hast du der Tag hier raus? So, jetzt brauch ich nur noch diese Schnecken. Warte mal, äh... Im Zuge deiner Ausbildung an der SIS-Akademie wurdest du zu alle Grabgeschickt. Bevor du das gerade betrittst, solltest du ein paar Kampffähigkeiten bei den... Wir müssen ins Tal der dunklen Lords, das war, glaube ich, draußen. Ja. Lass den erstmal hier noch ein bisschen boxen. So, Alter, wir werden jetzt mal ganz Zeit beides haben. Boah, jetzt sind die ja schon hier gespawnt. Alter, ich muss grad fischen bleiben. Boah, Alter, lass mal hier weg. Boah, nein, so. Boah, der ist übel auf. Ja. Die fülle einfach wieder ruf und alles selber nur biu biu biu. So kommen wir erst mal hier raus, wenn ich will. Boah, ich bin ja gar nicht schlecht, leider. Ich bin ja gar nicht so schlecht, ja. Ja, aber irgendwie, irgendwie, oh Gott, fehlt mir. Ich gehe es ohne. Ja, aber das ist ja der Anfang, kommt der alles noch bestimmt. Ja, hoffentlich. Aber das hat so den Style von DC Uni, was muss ich jetzt sagen. Ja. Wir brauchen noch ein paar Schneckensucher, Alter. Ja, die sind doch draus. Ich helfe mir ja gerade hinterher. What the fuck? Hilfe. 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 Geil, ey, geil, ich bin draußen im Tal. Okay, ich gehe schon mal hin. Ich habe es überlebt. Nein, ich bin draußen. Ich bin hier. So, das ist schon mal gut. Ich glaube, ich bin noch der Weg, jammer. Das hast du gerückt, zurück zum Medi-Center, wa? Erfolg, abgeschossen, Freund. So, bist du? Sozial, du hast eine Sozialstufe erreicht, jammer. Na, ich sehe dich doch. Ich bin jetzt mit allem fertig. Wo bist du denn? Ich muss mich jetzt nur noch melden bei allem. Hey, wo hast du jetzt abgegeben? Na, ich muss mich noch bei den beiden melden. Das heißt, ich muss abgeben. Achso. Achso, hast du die Kette auch schon fertig, Schätze, oder? Achso, ich brauche diese komische Suche nur noch hier. Ja, ich helfe dir mal. Das ist jetzt 4 von 6, glaube ich. Ja. Aber hier sind noch zwei. Ja, ich hole ihn mir, und dann. Wow, ist irgendwas eigentlich da bekommen. So, Erfolg abgeschlossen, Freund. Ja, das hat er auch. So, okay, wo gehen wir als erstes nochmal die Mine da abgeben, oder? Ich muss auch pullern. Ich muss auch pullern. Wollen wir mal kurz auf einem Stopp machen? Ja, komm, wir gehen kurz pullern, Junge. So, Leute, da sind wir wieder. Was ist denn das hier? Öh. Ähm. Nein, nicht. Nein, 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 nein. Nicht für jemanden. Ähm, der ist doch sonst irgendwo anders. Ach, da steht's. Republikanische Stoffe, komm mal, nur Pilotenanzug. Ah. What the fuck? What the fuck? What the, what the fuck? Guck mal, was du für Sachen da kriegst, Alter. Alter. What the fuck, Junge. Alles neben. Und dir hier auch noch. Alter, was geht hier? Okay, warte. Ich mach mir irgendwie selber Angst. Oh, das sind hier so andere Wüstungen wieder. Ich mach' ich aus hier. Das, das könnte ich auch machen. Hä? Alter. Okay, das ist das gleiche. Wiggy. Aber halt, das, die, die Schuhe sind besser, die wir bei dem Dingsrat bekommen haben. 20, 20, 20, 20. Ja, jetzt kann man halt sagen, welche besser aussieht. Ja, ja. Aber wir machen so, ich behalte das hier und du behalte dann das. Vielleicht gucke ich, was ist das gleiche, oder? Ist alles das gleiche, an der Stärke. Okay, dann. Ich behalte orange und du rot. Lol, hast du Sinn? Warum? Hm, naja. Was soll ich jetzt machen? Oder das ist so, so pink, weil die Grafik nicht angezeigt wird. Oder noch nicht. Pink, bei mir ist das rot. Müssen wir nicht hier lang? Hier rein wieder? Ja, ich weiß nicht, wo der Typ ist. Ja, bestimmt da, wo wir vorher... Der ist doch irgendwo hingelaufen. Hat er gesagt, dass wir sonst wo hin gehen sollen? Wo ist die lang? Die Sitz-Academy müssen wir, wo sind wir? Die Sitz ist falsch, glaube ich. Der ist in einem Ankunftshafen. Ja, also das Schwert ist da oben, da wo du hochgefahren bist schon. Oder hier drin. Oder hier, ich gucke. Die T-Story, das ist das noch. Oder da oben. Genau. Alter, da rennt ihr mit zwei Schwertern rum. Dort. Also, ich fahr gerade hoch und du. Achso. Ich glaube, bist du runtergesprungen? Bist du runtergesprungen? Ja. Warum? Ja, weil... Ich mach nicht. Hey, wie kannst du die Waffe rausnehmen? Ich fahr gerade gegen... ... Ah, hier. Sif-Academy sind wir jetzt da. Jetzt irgendwo... Irgendwo hier soll dieser Lappen sein. Karte gucken... ...zu den Waffen... Ah, ich war so. Warte mal. Klack, klack, klack. Ach, krass. Also, ich kann ja... ...tank sie der... ...unteren... ...what the fuck, Alter. Ne, das ist das Falsche. Naja, ich weiß ja, wo... ...dass ich... ...hab grad... ...guck... 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 ...fälligkeiten. Dafür gibt es Spezialisten in der Akademie. Aufs... Ich überspringe das einfach mal, ja. Hübsche rote Haare bei mir hat die aber braune Haare. Sehr geil. Das klingt von einer Akkulüte. Du findest die best... Okay, ich... ...ich hab's... ...wenn er sich bei... ...sarge... ...wenn er sich bei... 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 ...guck dir mal an, wie groß... ...dieser Akadem hier ist, Alter. Ah, ich weiß, wo er auf... ...seher zu tremeln ist. Kommst du mit? Ja, warte. So, was? Ich weiß, wo er auf... ...seher zu tremeln ist, um abzugehen. Ich hab die grad erst mal fett angeflirtet, Junge. Ja? Ja. Ich nicht. Ich hab mich halt hübsche rote Haare... ...die hat gar nicht mal rote Haare. Ne, rote Haut glaub ich schon da. Oh, guck mal, die verbeugen sich vor uns. Hallo, ey. Lord Avaron. Da, weiter. Ich glaub, der rote Anzug sieht irgendwie cool aus. Oh, ey. Mann, ich bleib hier überhängen. So, ein Gewinner zu dem Typen und dann... ...wassert. Lol. Lol. Hallo, Akolyte. Wartet einen Moment. Lass mich euch ansehen. Hm. Ihr seid also Aufseher Tremels Geheimwaffe, was? Schon beeindruckend, muss ich sagen. Aber ich fürchte, der alte Mann hat einfach zu lange gewartet. Ich bin Vemrin und im Gegensatz zu euch musste ich mir alles, was ich habe, hart erkämpfen. Ich verlange Respekt. Es wäre ein Fehler, mich wütend zu machen, Vemrin. Ihr werdet überrascht sein, aber eigentlich versuche ich, euch vor dem Tod zu bewahren. Wenn Aufseher Tremel schon reagiert hätte, als ich vor einem Jahr hier ankam, hättet ihr vielleicht eine Chance gehabt. Aber jetzt? Zu schwach. Zu spät. Das ist lächerlich, Vemrin. Töten wir ihn einfach und verstecken wir seine Leiche. Wir sind nicht mehr auf Balmora, Dolgis. Hier gibt es Regeln. Traditionen. Wir überlassen die Spielchen Aufseher Tremel und seiner letzten Hoffnung hier. Ich werde euch erst alles nehmen und euch dann töten. Ihr habt ja keine Ahnung, wen ihr euch gerade zum Feind macht. Kommt ihr, Dolgis? Ich bin schon da, Vemrin. Hört gut zu, nutzloser Wichtigtuer. Akkolyten dürfen sich nicht gegenseitig... Das ist die letzte Warnung. Vemrin ist hier der Anführer. Wenn ihr euch mit ihm anlegt, sterbt ihr. Also ich bin fertig. So, meine lieben Jongens. Ich bin so... Komm, der Lappmörer. Ja, hast du den Opläder angemacht? Ja, Mann. Natürlich, ich auch. So, also, das warnt auf jeden Fall mit Part 2. Wir sind uns in den nächsten Parts oder so. Gucken wir mal, was aufnehmen. Auch das haben. Dann die Lübe steht jetzt aufnehmen. Ja, ich hab's gehört. Ja, ja. Okay, dann... Bis gleich, Leute. Haut rein. Schein, nein, schau, 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 schau.